Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sanna und willkommen zurück zu der Siedler, dass er bei der Könige Legenden. Und ja, wir sind immer noch auf der Smaragd-Ebene. Ach, hallo. Die Lachs sind wieder da, habe ich das Gefühl. Naja, egal, ich ignoriere das einfach. So, und wir waren, meine ich, gerade dabei. Äh, wo sind's denn hin? Hier. Genau, mit 3000 Goldstücke kann ich euch drei Wagen geben. Ähm, okay, warte. Ich nehme an, die habe ich auch. Ja, die habe ich auch. Okay, sehr gut, Herr. Fein, die Wagen gehören euch. Okay, ähm... Weiß jetzt nicht, was ich mit denen genau machen soll, aber pfff... Eigentlich muss ich doch dann reinrennen, oder nicht, ne? Warte mal, öffnet die Tore, spricht dem Händler. Den, den die Diebe einschmuggeln. Okay, wie funktioniert das? Warte mal. Achso, warte mal, ich muss wahrscheinlich mit denen reden, ne? Ach... So, Leute, geht mal, geht mal weg da. Ja, klar, ich bin auch dumm. Los, viel Glück. Warte mal. Habe ich jetzt die Diebe gar nicht gebraucht? Warte mal... Laufen die hin. Ich lauf einfach mal mit. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber pfff... Muss ich hier noch, maybe, irgendwas machen? Warte mal, kann man hier noch irgendwas machen mit den Dieben? Die Präkrutier-Sonne. Fackeln. Äh... Von der Sonne für Kundschaft da. Ah, das ist mal ne Diebe. Alle drei da. Okay. Ich muss natürlich auch aufpassen, wo die ganzen Händler hin sind. Jetzt wollte ich noch mal kurz was gucken und weg sind sie schon. Ich sehe jetzt nur noch einen. Wo sind die anderen? Ach, wer weiß, ne, wer weiß. So, ich nehme mir aber einfach mal an, die laufen hier irgendwie... Wäre ich schon verkackt? So, warte mal, hier ist einer der Türme, die zerstört werden müssen, um das Tor zu öffnen. Platziert dort eine Bombe. Ach so. Okay. Cool, warte mal dann, ähm... Wait. Komm ich da jetzt rein oder wie ist das? Warte mal. Ne, hä? What? Wie kommt der denn da hin? What the fuck? Habe ich jetzt gerade einfach... Warte mal. Bin ich dumm? Äh, wo ist denn der andere hin? Warte mal. Scheiße, Mann. Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier. Ja, moin. Ja, okay. Das ist natürlich, ähm... Genius, ne? Ah, shit. Geh weg da. Ach so. Ach nee, der macht gerade noch. Jetzt lauf weg da. Ja. Ja. Ja, wow, okay. Wo sind die anderen hin? Warte mal. Sieht man die irgendwie auf der Karte? Ne, ne? Jetzt sind die natürlich weg hier. Ja, die sind auch in eine andere Richtung gelaufen. Das hat mich nämlich erst gewundert gehabt. Wieso? Ach du heilige Scheiße. Ähm. Puh, tja. Weiß man jetzt nicht, wo da... Oh, warte mal. Hier ist andere Türme zerstört werden müssen. Okay, cool. Wow, okay. Äh. Was soll man das jetzt sagen? Ja. Sofort. Nein! Ich habe das Spiel normal gekauft. Danke. Was soll mir das jetzt sagen? Ja. Sofort. Aber sicher. Ah, stell dich da hin. Ha. Yes. Du kennst mir gar nichts. So, wo ist der andere Dude hier? Kabumm. Ja, Mensch, die Sprüche von den Dieben habe ich ja noch nie gehört. Ich habe normalerweise keine Diebe. Weil die eigentlich ziemlich nützlos sind, finde ich. Für euch doch immer. Natürlich. Für euch doch immer. Ach, na egal. Dann stirbt der halt. Der hier oben stirbt nicht. Ha. Mach den Turm richtig fertig. Oh ne, warte mal. Bring den Leib eigenen um. Bring ihn um. Den da. Ach so heilige Scheiße. Nun, da die Tore offen sind, können wir das Umland der Hauptstadt zurückerobern. Machen wir sie nieder. Danke, Yogi von außerhalb der Map. Ich glaube, das ist noch irgendwie so ein komischer Bug. Oh. Warum kommen wir jetzt von... Oder kann der jetzt von da schießen? Na, ist egal. So. Ähm. Cool. Oh fuck. Warte mal. Das Umland der Hauptstadt. Okay, das ist dann... Jetzt komme ich wahrscheinlich weiter, ne? Ah fuck. Ach so. Das sind ja gar nicht meine Leute. Ah. Ah. Cool. Ähm. Cool, dass die in Gefahr sind. Stellt euch mal hier hin. Ja. Guck mal, die können doch gar nichts. Guck mal, die haben nur eine Zitadelle hier. Ich wollte ja gar nichts machen. Die können ja wirklich nichts machen hier. Das ist ja... Warum musste der Turm nicht zerstört werden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was? Mein Dorf wird angegriffen? Ah! Hilfe! Mein Dorf wird angegriffen. Was ist das denn passiert? Ein Schwefel und so? Ja, ne? Warte mal. Wo habe ich denn... Äh. Sind denn meine ganze Gebäude hin? Ja. Ausbau von Ballistaturm. Yes. Perfekt. Ja. Mein Dorf wird angegriffen. Was ist das denn? Weil das scheiß Tor hier jetzt offen ist wahrscheinlich, ne? Ach so eine Scheiße aber auch. Das war ja nicht so der Plan. Habe ich ne Kaserne oder so? Ich hab die glaube ich noch nie benutzt, aber... Wenn ich das hier habe. Äh. Das ist auch mal so ein Ding, dass man keinen... Ah doch hier hinten. Wie viel Eisen habe ich denn? Wie lang Schwerkämpfer. Ach Scheiße, das war dumm. Nein, das war dumm. Ach, ist egal. Der Feind. Wo ist denn der Feind? Der Feind ist tot. In Ordnung. So. Oh, warte mal was. Oh nein, what the fuck. Der ist einer durchge... Durchgekommen hier. Was ist das denn? Pisse dich? Und der denn her? Der ist mir über die Lappen gegangen glaube ich. Das ist... Das geht ja gar nicht. Das ist auch... Bleibst du da stehen, Alter? Pfff. Nice. Ähm. Ey, was soll der Scheiß? Geh weg. Bleib weg. Wo sind meine... Wo sind meine Dudes? Nein, nicht die Dudes. Die Dudes. Guck mal da her. Wo ist er hin, Alter? Ja, das ist deine Mission, Alter. Ey, du lässt den Leibeigner in Ruhe, ja? Ah! So. Oh, das ist die einzigen sind, die kommen hier. Ey, Mann, was ist das denn für einer? Der versucht Pilgrim zu kiten, Alter. Was ist das hier? Oh, fuck, Leibeigner. Ach, egal. Scheiß, was drauf. Ähm. Na, ihr könnt mal... Könnt mal irgendwie... euch verpissen. Ah, der will meine Burg angreifen. Ha! So, äh... Ach so, der Leibeigner, der läuft jetzt zurück. Feinde greifen meine... Was? Immer noch? Ah, what the fuck, Mann! Wo kommen die alle her? Ey, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Bullshit? Von wo? Wo kommen die her? Wo sind die... Dafür sind wir genau die Richtigen? Ey, die greifen meine fucking Burg an, Alter! Meine... Fuck it, drauf da! Holy shit! Kommt die auf einmal her? Äh... Eins, zwei, drei... Und wo ist mein Schießplatz nochmal hin? Ach so, da stehen da glaube ich dahinter, ne? Ja, genau. Schießanlage. Eins, zwei... Bumm! Ist wahrscheinlich broke danach, aber na, ist egal. Irgendwann... Irgendwann hat sich der der da angegriffen. Irgendwann hat sich der der da angegriffen. Was geht denn bei denen, Alter? Ja, die rennen doch die ganze Zeit nur rum, Alter. Der ist jetzt... Ah, verdammt! Und... Wofür? Wofür? Für die? Und dann bräuch ich für die wahrscheinlich... Ja, warte mal... Hab ich hier nicht welche gemacht? Ja, ganz toll, ne? Ist egal. Ähm... Das ist... Nicht so viel, ne? Ja, wo es geht... Ah, fuck, da kommen jetzt noch mehr. Das war ja klar. Oh, Pilgrim ist auch so ein bisschen halbtot schon. Ah, fuck, Mann. Oh nein, ihr kommt mal weg hier. Ah, was das denn für einen Bullshit? Die laufen hier direkt in meine... In meine Siedlung. Leute, komm dran hier. Auf sie, Alter, auf sie. Ergreift sie. Auf in den Kampf. Ja, welche. Auf in den Kampf. Ist noch welche vergessen, ne? Äh, was ist das denn jetzt? Euer Dorf steht unter Beschuss. So. Nicht mehr lange. Aber das interessiert die auch gar nicht. Die laufen einfach weiter. Was machen die denn da, Alter? Das juckt die auch überhaupt nicht, ey. Echt, guck mal, die... Das interessiert die gar nicht. Wo ist denn dahin da? Ah, guck mal, ist auch gleich tot, hoffentlich. So. Achso, warte mal, fuck. Was für ein Bullshit. Was für ein fucking Bullshit, ne? Dafür sind wir genau die Richtigen. Ah, fuck die mal, meine Türme kaputt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Der Tag der Abrechnung. So, Leute, dass mir nicht noch einer durch die Lappen geht hier hinten, ne? Die laufen mal weiter. Das ist ja richtig dumm. Oh, was ist hier los? Oh, was? Nein! What? Will die mich verarschen, oder was? Ah, gut. Das ist natürlich ganz toll. Warte mal, dann muss ich die aufteilen. Ach, was für eine Scheiße. Kill me, ne? So, warte mal. Du kommst mal mit. Ich stelle euch mal raus hier. Warte mal. In großer Gefahr. Warte mal, dann. Ah, der kann auch noch mit. Ah, was für ein Scheißdreck. Na, ich schwöre bei Gott. Ähm. Ah, ach da kamen die von eben her. Ah. Ach, scheiße. Oh. Wenn ich das natürlich gewusst hätte, ne? Kommt noch mehr? Wie viel sind denn das immer so? Warte mal, ihr könnt mal. Ihr steht zu weit noch. Zu weit da hinten. So. Ach, was für ein Bullshit, man. Bis in den Tod. Die geben da auch kein... Don't give a fuck, ne? Sind wir noch mal eine Zitadelle dran, Alter? Sind die da schon wieder? Oh, Junge, warte mal. Wie dreht man noch mal die Kamera? Ne, nicht so. Warte mal. Ah, da. So, auf sie. Was für ein Bullshit, man. Die greifen direkt einfach erst mal das Hauptquartier an. Richtig... Richtig hinterlistig, ne? So, Leute. Das ist ziemlich wichtig, das Gebäude. Repariert das mal. Wann nehme ich noch mehr? Stell dich mal hier hin. So. Da war wohl eben gerade einer. Ja, wie soll ich denn da? Ich muss erst mal hier selber verteidigen. Ach, guck mal. Ich brauche ja auch gar nichts machen, weißt du. Ich verteidige mich einfach erst mal. Es ist ja einfach... Die machen das schon. Die machen das schon für mich. Ich brauche ja selber nichts machen. So, reicht das zufällig, wenn ich jetzt mal sage... Seid unbessert. Ja. Ach, Drake. Was macht das? Naja, okay. Unbedingt den Turm angreifen will. Alles gut. Nee, machen wir auch keinen Fortschritt da, Leute, ne? Also... Halbeign ist echt schnell, wenn das... Wieso? Oh mein Gott. Ach, naja, egal. Ach, fuck. Den Turm muss ich auch mal reparieren. Warte mal. Wenn ihr meint... Ach, fuck. Die greifen die wirklich... Nicht so wirklich an irgendwie. Die Türme. Ähm. Ach so, ja. Euch. Ja, das reicht nicht ganz... Ach, ach so. Ach, ach so. Ähm. Ah, einer. Ein einziger. Naja, okay. Warte ich noch. Oh. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Das sind ja richtig heftige Trupps hier. Naja, schwer. Hier... Ach, ich hab Schwertkämpfe. Okay. Alles gut. Hey. Ahja, ich könnte hier auch... Warte mal. Wie funktioniert denn der Scheiß hier? Stein und Schwefel. Ach, da hab ich genug Schwefel auch. Hier müsste ich jetzt mal ein paar Leibeigene da hochschicken. Ich weiß nicht, warum die da stehen, ne? Stell dich mal da hin. So. Ist ja eigentlich ein bisschen besser. So. Und stellst du das da hin. Oh, so scheiße. So. So. Und hier ist natürlich Gennix, ne? Ach. So. Ja, könnte ich natürlich ganz theoretisch auch noch. Wo sind Leibeigene hier? Zumal die auch hier direkt auf die Zitadelle zulaufen, ne? Ja. Ach komm. Guck mal. Das ist ja dieses Stadtzentrum. Oh mein Gott, was ist da denn? Ach so. Ah gut, die haben natürlich viele Reiter. Das ist gar nicht mal so blöd von denen. Ich hab gar keine Truppen, ne? Das fackt mich gerade richtig ab. Ähm. Leib eigener. So, du hast gar nichts zu tun. Ähm. Kannst du mal zu dem Dut laufen? Ist hier noch irgendwo... Zwei Leibeigener? Warte mal. Ne. Oh man, das regnet. Man sieht nichts mehr. Hier gibt's noch die Diebe. Stimmt. Die hab ich schon ja voll vergessen. Können die mal da hin? Können die mal da hin? Können wir's versuchen. Oh. Ne man, da geht's dann am Ende hin, ne? Ist ja noch ein bisschen weit weg, ne? Ah Leute, das Ding geht nicht kaputt. Ach. Die sind doch selten blöd, ne? Ja. So, du hast getan, was ich wollte. Das ist doch schon mal schön. Oh, hallo. Oh. Hallo Leute. Ich würde euch ja mal ankündigen können. Hätte ich, ähm, eine Willkommensparty geschmissen hier, wenn ihr einfach so durchlauft hier. Eigentlich wollte ich mal mit den Dieben was versuchen, wenn jetzt mal einer da reinläuft. Was ist denn das? Oh scheiße. Oh shit! Ja, geil. So, warte mal. Aber wo kommen die denn jetzt auf einmal? Achso, warte mal. Pink? Was ist Pink für eine Farbe? Pink sind die Gegner, ne? Für mich doch immer. So, so. Oh fuck. Rums, genau. Das solltest du mal machen. Du werdet angegriffen. Rums. Oh, zieh dich wieder zurück. Und der Nächste, der macht mal... Der Sommerkehr zurück. Gleich macht es bumm. Ich hoffe, das funktioniert auch. Gleich kracht's. Zack. Aber es macht nur Damage, ne? Verdammt, es macht ja nur Damage. Ich meine, okay. Ziemlich viel Damage, muss man dazu sagen. Oh fuck. Der Bündeter ist in großer Gefahr. Weg, 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 weg. Raus, raus, raus. Für mich doch immer. So lobe ich mir das. Achso, nehmen wir mal. Achso, das war der. Ja, dann... Ka-bum, Junge! Ah ne, die Leibanglinen machen ja gar nichts mehr hier. Ich bin nicht entschieden. Ka-bum! Warum schießen die gar nicht? Oh doch, jetzt schießen sie. Oh doch, jetzt schießen sie. Okay, der könnte maybe sterben. Ähm... Maybe... Ah fuck. Natürlich. Natürlich. Ah guck, der überlebt das. Alles gut. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, ob's geklappt hat, ne? Ja. So, Leute. Achso, warte mal. Ich hätte meine Leibanglinen nicht. Ich vergesse was immer, ne? Das ist richtig schlimm. Könnt ihr mal... Irgendwie so ein bisschen natürlich auf den Berg hier oben, aber... Irgendwie da im Leben nicht, sagt er. Muss ich dich wohl umbringen, ne? Ja. Oh mein Gott, fuck. Oh shit, hier ist ein Leber Eisenschacht. Ist er schon immer? Es sieht aus, als ob er er schon immer war. Hm. Interessant. Ist. Habe ich eigentlich und... Hier hab ich... Ja da hab ich... Cool. Mach mal. Und hier... Ach Mann, Alter. Die sind alle immer so... Könnte ich dem da so helfen? Nöööööööö. Pff. Die Karte ist einfach zu groß, ne? Ist schlimm, sowas. Die sind auch noch zwei. Guck mal, da haben wir doch einen Vierer-Trupp komplett, das sei denn hier ist noch einer. Fahne ich jetzt mal ganz stark vom Ausgeher. Man weiß es nicht. Erstmal wird man sich so ein bisschen aufsplinden. Hat getan, was ich wollte. Das ist doch schön. Ach, hier ist ja noch einer. Kommt der jetzt her? Ach, egal. Egal. Ah, was läuft hier denn hinterher? Ach. Hierher. Nein, nein, ihr Idiot. Ach, warum laufen die mit rein? Kommt, nein. Ah, gut, der Turm ist weg. Es hat geklappt. Ach man, was laufen die denn da hinterher? Ach, ganz toll. Nein, ist egal. So, ähm. Könnt ihr beiden mal... Ist der Turm noch sichtbar? Laufen jetzt beide da hin? Ach, geil, du mal. Der Countdown läuft. Top, die Wette gilt. So, äh. Einer ist da geblieben. Der hat nicht einfach die Selbstmordmission gemacht hier. Ach, was, Pille Palle. So, gucken, was da so bleibt. Zack. Zack. Oh, yes, das geht gut. Nein, was? Sie sind beide da hinlaufen. So. Ja. Ach, Mann. Was sterben die da? Ach, ja. Fällt mal damit ein, ja. Ach, komm, scheiß was drauf. Nein, 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 das ist dumm, oder? Ah, jetzt kommen gerade natürlich noch andere Trupps. Ah, maybe, ne? Maybe, ich meine, verteidigen geht ja jetzt relativ gut. Weil jetzt kommen sie nicht mehr so durch. Jetzt kommen sie auch hier nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich war. Jetzt ist die Frage, wo hier noch Türme sind, ne? Pilgräben. Ach, Mann. Wir erledigen das. Da ist noch ein Turm. Oh, fuck, hab ich den mal geklickt. So eine Scheiße. Warte mal. Okay, bleib weg, 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 weg. Wenn da noch ein Turm ist, dann mach ich jetzt den Turm weg. Das geht da relativ gut hier mit. Denn mit den Dieben. Dafür sind sie immerhin gut. Ja, um die Türme wegzuklären hier. Muss eigentlich wieder. Moneten wie Scheiße, ne? So, Leute, komm. Ja, laufen die raus jetzt? Ach, scheiße, fuck. No! Ups. Hallo. Einfach machen wir nicht weg, ihr Leute. Da hinlaufen, meine Fresser. Ja, maybe, ne? Maybe, maybe wartet ihr dann nochmal. Ah, guck mal. Backup has arrived. Zack, bumm, Junge. Oh mein Gott, das sind ja schon viele jetzt. Er ist tot, Mann. Der ist richtig tot. Pilgrim! Meine Fresser. Ihr steht hier und weiter nicht, ne? Das will ich hören. So. Die Diebe gehen da jetzt mal mit rein. Die sneaken sich da jetzt mal vorbei. Die Brücke ist weg. Die sneaken da jetzt einfach mal ganz sneaky vorbei. Die laufen natürlich in die Richtung hier. Ja, okay. Lässt sich einrichten. Kabumm, Junge. Gerne, aber sicher. Einer eurer Verbündeten. Wenn ich da liebe einzuschleusen, ist voll die gute Idee, Mann. Ihr werdet angegriffen. Geräuscht auch immer. Ja, auf alle Worte. Zack, bumm. Oh, da hätte sogar einer geräuscht. Na, okay. So, die können einfach hier... Ah. Oh, okay. Interessant. Eigentlich diese Zeilen von den Dieben habe ich noch nie gehört, weil ich die nie mache, ne? Auf jeden Fall hier, das ist... Das sind hier die Cloonies und Daemons, ne? Auf jeden Fall. Ich kann noch, ich kann noch, ähm... Oh, fuck. Nein! Raus, da. Nice. Also das ist relativ cool gegen Türme, muss man sagen. Außer nur zwei reinschicken und dann kurz mal eine Bombe planten und dann sind die ja weg, die Türme. So, was sind das hier? Das sind... Achso, ne, gar nicht. Nicht hier. Hier. Leichte Scharfschützen. Wenn die das einfach nicht juckt, die laufen einfach original einem vorbei. Ah, fuck. Jetzt müsstet ihr maybe mal eingreifen, da. Zack, bumm, Junge. Ah, das war's doch. So. So, und aber Position halten. Wir kümmern uns darum. So. Dann, dann sneak ich mich da einfach nochmal wieder rein, hier mit den Liegen. Ach, die sind immer in diesem Stadzeirek. Das ist ja noch tot da hinten. So, Leute, rein da. Den möchte ich ganz gerne noch weg haben, den Turm da. Reinig, mein Turm da. Hm, der schießt gar nicht. Oh, jetzt. Ja! Ich feier die. Die heilen sich relativ schnell, ne? Also, die sind ziemlich... Oh, fuck. Äh, hier ist noch einer, okay. Ich hab noch einer als Backup. Ja, jetzt könnte ich eigentlich schon mal mich hier hinstellen. Natürlich auch Türme hier vorbauen, ne? Ähm, so, Leute. Ihr sollt da hinlaufen. Kein Bock? Ich hab' keinen Bock. So, ihr sollt euch einfach mal... Ups, aber wo ist denn hier die Kamera hin? So, da hin, wenn's geht. Ja, natürlich, ne? Ach, egal. Ich hab' das Gefühl, die kommen gar nicht durch hier. So. Wie schwer da angegriffen? Oh, fuck. Ja, dann greift die halt irgendwie mit an, ne? Es regnet, in der Tat. Wieso, wo ist denn... Wo ist jetzt mein Dieb? Warte mal. Wir sind beide mit drin, ne? Warte mal. Ah, ich sollte mal mehr Truppen machen, ne? Gerne, sagt er. So, hier hinten hatte ich doch mal ein schönes Gebäude gesehen. Aber sicher, aber sicher. Äh, was ich frage, ob da die Bomben genug sind. Ich schwöre zumindest, ich hatte hinten was gesehen. Hi. Was ist scheinbar... Ach, ne, doch hier, warte mal. Ja. Ja. Ach, shit. Der steht natürlich ein bisschen doof hier. Ja. Richtig garstiges Ja. Ja. Ja, man, was ist das Ding? Ist jetzt kaputt? Ist kaputt. Cool. Ähm, richtig gut, dass man die nicht richtig sieht, man. Ähm, wo war denn hier? Wo war denn? Äh. Ja. Man sieht ja auch Gennix, ne? Ist richtig schlimm. Sofort. Ich suche eigentlich die Burg hier oder so. Schießanlage ist natürlich auch sehr gut. Ich muss mal eine Weile warten hier und gucken. Mit Vergnügen. Nie. Aber gut. Okay, dann warte ich mal auf die Schießanlage, ne? Okay, halt die ganzen Sachen kaputt machen von denen. Es wird wieder wärmer. Dicken Männchen, nun weg. Bisschen warten, bisschen länger warten. So. Oh, scheiße. Gleich zwei auf einmal. So. Schön in Reichweite bleiben, wenn ich sehe, ob das geklappt hat. Ja, zack, bumm. Die Diebe sind... Oh, wir haben eine Kanonengießerei. Fuck. Manufaktur sogar, Mensch. Ah, nein. Nein, 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 nein. Was macht ihr? Ah, ganz toll. Genius sogar. Oh, es sind nicht zu viele gestorben. Alles gut. Ihr bleibt da, verfickte Scheiße. Was ist das denn? Die sind einfach... Einfach in den Turm gelaufen. Das gibt es doch nicht. So. Die Diebe, Diebe, Diebe. Die sind natürlich sehr cool, die Diebe. Sollte mir Diebe machen. Das ist natürlich auch noch ein Turm. Ich weiß, was diese Turm überbringen, weiß ich zu sagen. Ich weiß noch nicht, warum die Diebe nicht beschossen werden. Das ist auch sehr interessant. Nur wenn sie was machen. Haben sie einen Stealth-Mode wie Ari? Die haben ja richtiges Vorhof, habe ich fast das Gefühl. Ah, hier ist eine Garne... Nein, die solltest du hier angreifen. Ihr macht das Ding nur kaputt. In großer Gefahr. Mensch. Oh, fuck. Hände ist bestimmt anders. Das sehe ich doch. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Oh, wo bist du denn hin? So, komm mal rum da. Ich lasse hier gleich noch welche rauskommen. Das wäre natürlich nicht so geil. So, am besten beide gleich rein. Und schnell wieder raus. Ach guck, diesmal sieht hier nicht mal einer. Ja, sehr gut, ne? So, dann stellt ihr euch da hin. Das ist auch schon wieder kaputt. Oh, hier kommen noch welche. Wo kommen die her? Nein, Leute. Zack, bumm, Junge. Zack, bumm. Jetzt muss ich mal ein Auge drauf haben, ne? Ich laufe mir schon fünf Jahre hinterher. Ah, hier ist ja auch noch... Ah, fuck. Ein fucking Wetterturm? What the fuck? Ah, den hab ich schon gesehen, ne? Okay. Ja, dann denke ich mal, gucken wir uns mal in der nächsten Folge nach der Zitadelle rum und jagen die mal in die Luft. Und ja, würde ich sagen, falls euch das viel gefallen hat, dann gebt dir wieder einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Die Siedler, das Erbe der Könige, Legende. Und bis dahin, euer Asana.